Wow! Ja, ganz anders. Ganz anders das Game jetzt gerade. Richtig anders. So, wow, extra noch in deine Musik reinkommst du? Wow, was ist denn los, ey? Aber die App scheint nicht mehr zu funktionieren, ne? Ich wollte mir gerade mal hartes Licht hier rüberziehen, musst du es direkt ausprobieren. Ja, ich wollte mal... Ah, ich muss mal gleich... Automatisch... Ja, hartes Licht hab ich mit, sogar mit. Haha! Jawoll. Egal, ich spiel die gute alte Shadow Prize. Oh, die hätte ich wieder gerne... Die hätte ich liebend gerne wieder, ohne Scheiß. Die Fokuse sehen jetzt auch total geil aus, ne? Wenn du drauf gehst. Die sind richtig nice, richtig nice. Nicht defekte, alles, einfach ultra. Beutezüge kannst du jetzt 16 Stück anscheinend mitnehmen. Ja, und dass du Quest am Stüssell, aber die mach ich erst, wenn die DLC draußen sind. Damit ich mehr Erfahrung bekomme. Ja. Die haben die Neuterrobbe geändert, jetzt kann sie hier Farbe anpassen, wenn die Robbe ausgerüstet ist. Okay. Geil, ey. Jetzt passt es zu der Farbe, jetzt ist es nicht immer weiß. Oder grau. Ja. Ich würde es versuchen. Ist die andere auch so? Ne. Entscheinend nicht. Ja. Jawoll. Geil. Also alle Robben von Dings, von Warlock haben jetzt Farben auch. Diener Shaler. Okay. Richtig geil. Gefällt mir gut. Ich hoffe jetzt mal, dass ich keine Dorn im Schmelzziegel sehe, sonst raste ich aus. Geil. 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 Einer YouTuber. Geil. 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 Ne, die ersten spielen schon Nekrojazzle. Echt? Genau. Muss ich mal auch ausrüsten. Na, ich habe jetzt hartes Licht und so leider nicht mitgenommen. Ich hätte es weggenommen, weil die prallen dann so rein entscheint. Wir haben Punke schon geholt, oder was? Der Funke ist eingetraut. Feindlicher Läufer aktiv, haltet sie auf! Jep, müsst ihr aufhalten. Ja man, Automatikgewehre machen wieder richtig Damage, ey. Oh yeah, so ein Regime sehe ich gerade wieder im Spiel, ey. Wo ich gerade geholt bin, ey. Da muss ich auch nicht mehr ausrüsten wieder. Ich muss beim Funken holen. Jawoll. Damage Troph, jawoll, sehr schön. Jetzt geht's ab. Pick den Checkpoint. Ich kacke hier gerade ganz schön ab, aber ich kenne die Maps auch nicht. Und ich finde es jetzt auch echt zum Kotzen, dass ich nicht meine alten Maps anwählen kann. Ich würde halt auch gerne wieder die neuen, oder die alten Maps spielen können, ne? Ah, die sind jetzt extra für die Neuen kommen, die Woche nur. Der hat 6er gemacht, das ist fast in den neuen, das probieren kannst nur. Viele Leute, die keinen Bock haben, die alten zu spielen, weißt du? Bisschen auch bald. Alter, die waren wieder richtig Damage, die Scheiße. Jawoll, Automatik geht wieder ab. Teleport Jump sieht auch ganz anders aus, ne? Echt? Ja, der ist grad hier vor mir gejumpt, das sah ganz anders aus. Einen ganz anderen Schweif hinter sich hergezogen. Ja, das ist mehr Feuereffekt und sowas am Start, der ist voll geil, ey. Die mit jedem so mächtig aus jetzt. Automatik war richtig für Damage, geil. Muss mich erstmal an die Map gewöhnen, ich kacke hier grad echt mega ab. Ja, das ist halt neu, was willst du halt machen? Wir haben noch keinen Pfeil, wo wir die Points holen sollen. Der Funke ist eingetroffen. Dieser komische Scheiß Funke geht ins Mutter, ey. Ui! Pumpe, ey. He, schuldig gefunden. Ah, ich liege aber ganz gut noch, wenn ich... Zu spät. Sie haben euer Reft erwischt. Zu spät? Hm. Ah, fuck. Julius Hammer. Funke wird aufgeladen. Das mit dem Funke ist ja kaum nervig, ey. Ja, Funke. Wieso muss es sich als Funke heißen, ey? Der Funke ist verfügbar. Einer hat den Funke... Nur mal Bumpe. Alles, ich möchte, dass hier Supers auch leuchten, auch... im Menü. Feindlicher Läufer rückt vor. Ich krieg's grad richtig auf den Sack, ey. Ich hab auch gar keine schwere Munde genommen. Ich war so konzentriert. Geht mir genauso. Wurde dich nett. Wir killen aber die Automatik, wäre jetzt viel zu schnell, da kann ich auch Call of Duty spielen. Ach je, hier ist ein Sniper, ey. Golden Gun, na scheiße. Feindlicher Läufer aktiv, haltet sie auf! Feindlicher Läufer in der Nähe! Ja, ich glaub das ist ein Typ, der da richtig Damage macht, oder? Dieser Listerio Win, der kennt sich schon aus. Hat schon mal gespielt. So scheint mir das. Ja. Das kommt mir auch so vor. Doch, so kann. Der weiß nix. Hat diesen scheiß Funken mal eingetragen, deswegen gewinnen die auch immer. Garnaten. Lass es regnen. Der Funke ist verfügbar. Gegner hat den Funken. Feindlicher Läufer nähert sich dem Riff. Wegs Mythoclast. Ah. Also ganz ehrlich, ne? Hm? Also mich flasht das Update grad gar nicht so. Ja, vielleicht für das Spiel wieder. Ne, auch so, die Automatikgewehre killen jetzt mega schnell, ey. Ich hab's mir eigentlich gewünscht, dass es wieder so ist, hier am Anfang. Dass du auch Skill brauchst, jetzt kannst du ja genauso gut Call of Duty spielen, dann sprichst du auch einfach alles weg. Die Number der Funke ist bereit. Nimm ihn. Du verteidigt euren Läufer. Läufer gefallen. Ah joo, komm schon. Ach, Pfeifekircher. Fuck. Funke wird aufgeladen. Der Funke ist verfügbar. Halte den feindlichen Läufer auf. Nur der Kampf bringt den Sieghüter. Also kämpft. Der feindliche Läufer hat euer Rift in Brand gesetzt. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel, wo wir uns erstmal nicht, ey. Na, ich weiß jetzt auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich finde das nervig und anstrengend. Der Funke ist eingetroffen. Die Gegner haben fast gewonnen. Die Gegner hat den Funken. Haltet sie auf! Was ist? Ey, die behindert schon wieder. Der ist ja echt ohne Scheiß. Wieder ein Assist. Der Läufer hat zu Fall gebracht. Noch ein Spielhüter. Mache Schmerz zu deinen Verbündeten und der Sieg ist dein. Oh mein Gott. Na, also der Game-Modus ist schon mal definitiv gestrichen. Ich finde es auch mega affig, dass ich jetzt den alten Game-Modus nicht spielen kann. Und meinen alten Maps, die ich gerne mag, meine Waffen ausprobieren kann. Aber naja. Bleibt halt jeden selber überlassen.